Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Newcastle United Karrieremodus. Wir sind am Start bei der nächsten Folge und heute geht es mal wieder in interessante Spiele. Wir haben neue Transfers, wir sind immer noch nicht am Ende der Transferperiode, aber das wird heute erreicht mit dem Transfer-Deadline, denn wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Meine Stimme ist genauso wie mein 96 Karrieremodus, gestern immer noch sehr, sehr kratzig, was einfach daran liegt, naja, dass meine Stimme halt im Arsch bzw. dass ich husten habe. Es wird sogar immer schlimmer, je mehr ich rede, aber ich mache es natürlich für euch trotzdem gerne und von daher denke ich mal, dass das kein Problem sein sollte. Wir stellen unsere Mannschaft ein bisschen um bzw. bereiten unsere Mannschaft vor für das nächste Spiel. Wird alles andere als einfach, allerdings ist das ja bisher in dieser Saison kein großes Wunder, beziehungsweise heißt diese Saison, diese Saison sind wir bisher ungeschlagen, haben jedes Spiel gewonnen. Aber ich meine, dass wir, wie soll man das sagen, naja, trotzdem immer keine einfachen Spiele haben. Das ist meistens relativ knapp bzw. wir haben unsere Probleme und unsere Elf ist halt auch nicht die beste der Premier League. Zwar vielleicht vom Teamgeist her und so weiter und so fort oder von denen, wie es in FIFA ist, aber an sich gibt es da deutlich stärkere Teams, das muss man auf jeden Fall bedenken. Hier merke ich übrigens gerade, ach, wir spielen ja nur Pokal gegen die Blackburn Rovers, dementsprechend wechseln wir mal ein bisschen durch, lassen die Spieler spielen, die normalerweise vielleicht nicht die Einsatzzeiten bekommen, die sie vielleicht kriegen sollten. Ihr seht, wir haben beispielsweise einen Florian Thauvin, der ja wechseln soll, vielleicht werden wir den Pokal nochmal präsentieren. Ratet mal, machen wir es natürlich nicht, denn ich möchte mit dem nichts mehr zu tun. Aber auf dem linken Flügel kommt anscheinend Perez, dann haben wir hier in der Mittelfeld noch 7 De Jong, der für irgendwen reinkommt, genau für Roberts, der erstmal auf der Bank sitzen wird. Wen stellen wir auf rechts, nicht Townsend, sondern Armstrong, genau, Townsend bleibt auf der Bank. Ich weiß, wir packen was noch rein, Anita, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall werden wir nochmal ein bisschen was durchspielen. Auch Zuma kriegt die Chance, seine Form wieder zu korrigieren. Und jetzt gehen wir ins Spiel, ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich in der nächsten Runde hoffentlich wieder. Newcastle empfing im Capital One Cup die Blackburn Rovers, eine der ersten Runden. Die Rovers, momentan Drittligist in den englischen Gefilden, wollten ja den Favoriten ein bisschen ärgern, mit vielen mitgereisten Fans waren sie hierher gekommen. Und natürlich die Aufstellung von Newcastle nicht gerade Premier League reif, beziehungsweise nicht das, was standardmäßig geboten wird. Das Publikum war trotzdem relativ, ja, voll gefüllt, beziehungsweise relativ gestaffelt angetreten, denn sehr, sehr viele Zuschauer trotzdem da. Im Tor Rob Elliott, davor eine verhinderte Viererkette mit Poggoni, Olim, Bamba, Pogba und Zuma. Dann Biggirimana, De Jong Sissoko vorne, Perez, Niklas Bentner, Adam Armstrong. Es sah nicht so aus wie sonst, aber es waren trotzdem Spieler, die auf jeden Fall Fußball spielen können. Andere Seite Steele im Tor davor, Henley, Killigan, Thunias und Spur. Auch das eine relativ ordentliche Viererkette davor. Low zusammen mit Evans Keuter, mit Dunway und vorne Rhodes und Nathan Delfo-Eneso. Das ist auf jeden Fall eine interessante Aufstellung. Doppelspitze also natürlich bei Blackburn Rovers, die offensive Dreierreihe wie immer bei Newcastle United. Und die legten gleich mal richtig gut los. Wir sind fünf Minuten drin, das ist Adam Armstrong mit der ersten Aktion, kam heute über die rechte Seite mit seinem Tempo. Ist das auch gar nicht mal so schlecht. Geil, Biggirimana, ja, vor der Saison zurückgekehrt von der Laie hier mit dem ersten Versuch, aber über den Kasten hinweg. Es ging weiter mit Newcastle, wieder Biggirimana mit der guten Balleroberung. Der Mann aus Burundi, ja, ursprünglich zumindest mittlerweile englischer Jugend-Nationalspieler. Sissoko versucht es hier mal, allerdings auch das abgefälscht. Nach 25 Minuten wieder 10-Minuten-Takt, 35. Das ist Ayose Perez, der sich da auf der Außenbahn durchsetzt, die Flanke in die Mitte schlägt. Aber Armstrong kommt nicht an den Ball ran. Blackburn verteidigte das gut, aber alle 10 Minuten gab es mal so eine Situation, wo Newcastle nach vorne kam. Wir springen ungefähr in die 42. Minute. Das ist Musa Sissoko, Flank auf Niklas Bentner und der macht das 1-0. Das war viel zu einfach und da ist der Däne natürlich zur Stelle. Muss eigentlich nur den Fuß reinhalten, platziert den Ball noch perfekt in der Ecke. Er Torwart-Stil ist ohne Chance und dementsprechend steht es 1-0. Schöner Doppelpass mit Musa Sissoko. Der Franzose wartet gut ab, bis Bentner am Elfmeterpunkt ist. Und von da ist das natürlich für einen Stürmer seiner Klasse kein Problem, den Ball reinzumachen. Der Lord mit dem 1-0. Und damit war Newcastle ein bisschen beruhigt und konnte sich ein bisschen zurückleben. Machte das aber gar nicht so extrem, sondern versuchte gleich weiter zu spielen. Wieder Lord Bentner mit dem Versuch, aber er zieht den Ball über den Kasten hinweg. Es sah trotzdem so aus, als ob Newcastle das Ganze im Griff haben sollte. Und es blieb auch so. Adam Armstrong wieder kurz vor der Halbzeit. Immer noch nicht vorbeisetzt sich gegen die Grätsche. Durchlegt die den Ball ein bisschen zu weit vor. Und Steele ist diesmal da und hält das 0-1 aus Sicht der Rovers fest. Zweiter Durchgang. Weiterhin ein Spiel auf ein Tor. Biggi Rimana mit der Balleroberung. Der Ball auf Musa Sissoko. Adam Armstrong und Simon de Jong versuchst mal mit dem linken Fuß. Aber Steele ist wieder da. Er war der beste Mann auf dem Platz. Bei den Rovers war der, der hier das 0-1 aus Sicht seiner Mannschaft noch am besten verteidigte. 96, genau. Newcastle bekam jetzt Raum für Konter. Adam Armstrong mit der wunderbaren Ballmitnahme. 65. Minute. 2-0. Die Entscheidung, die Vorentscheidung im St. James' Park. Natürlich musste Blackburn ein bisschen aufmachen. Versuchte ein bisschen mehr nach vorne. Hatten keine Torgelegenheiten, aber waren halt hinten offen. Und dementsprechend dieser wunderbare Pass in den Lauf von Adam Armstrong, wie der den Ball mitnimmt, ist auch auf jeden Fall in der Augenweite. Und dann ganz souverän der Abschluss. Keine Chance für Steele dieses Mal einzugreifen. 2-0. Und sie machten weiter. Jetzt ist Niklas Bendner auf der rechten Außenbahn. Wird gefoult und holt den Freischuss raus. Nur ein paar Sekunden später. Geil. Biggi Rimana bringt den Freischuss rein. Und da steht Musa Sissoko nach seiner Vorlage. Und noch das Tor. 3-0. 68. Minute. Die endgültige Entscheidung. Die Blackburn Rovers knickten ein. Und die ließen sich hier vorführen. Wunderbarer Fall von Biggi Rimana, der ein klasse Spiel machte. Er ist ja wieder auf der Leihliste. Mal sehen, ob sich da ein Abnehmer finden wird. Für die erste Mannschaft reicht nicht. Aber für die zweite, wie wir sehen, alle mal. Dann kamen die Blackburn Rovers mal nach vorne. Aber nicht sonderlich gefährlich. Newcastle leitete direkt wieder den Konter ein. Musa Sissoko schafft das hier aber nicht. Evans kommt dazwischen. Dann aber geklärt. Nochmal der Ball zu Spur. Und der Verteidiger versucht es mal. Allerdings deutlich über den Kasten von Rob Elliott hinweg. Und dementsprechend weiterhin 0 zu 3 aus Sicht der Rovers. Letztes sehen in der Partie. Nochmal der Drittligist. Aber die Flanke ist nicht mehr so gefährlich. Und dementsprechend ist es dann auch vorbei und geschafft. Newcastle zieht also ein in die nächste Runde des Capital One Cups. Nach einer sehr, sehr guten Leistung. Der B-Elf muss man ja dazu sagen. Sissoko erst mit Vorlage, dann mit Tor. Natürlich auch nicht zu vergessen Armstrong. Und Lord Bender, die beiden weiteren Torschützen. Es war eine gute Leistung. Teilweise war es vielleicht ein bisschen, naja, ich sag mal, über weite Strecken hinweg. Mit zu wenig Toren. Chancen teilweise fahrlässig vergeben. Aber wenn du trotzdem 3-0 gewinnst, ist das ja kein Problem. Tunjes zusammen mit Sissoko. Die tauschen später noch das Trikot. Also versöhnliches Ende hier. Und Blackburn ist raus. Newcastle souverän nach dem 13-0-Erfolg gegen den Drittligisten. Passt ja auch weiter. Ich würde sagen, war eine souveräne Leistung. Wir haben es dann relativ schnell klar gemacht. Natürlich jetzt erstmal ein bisschen gedauert, bis wir ins Spiel reingekommen sind. Das ist ja meistens so. Aber dann nach dem 2-0 war es eigentlich auch klar, dass es vorbei ist. Und dann haben wir ja direkt das 3-0 nachgelegt. Von daher wunderbar. Remi Cabella. Hier seht ihr es. Ich habe das letzte Episode angesprochen. Naja, er soll verkauft werden. Da haben wir ein paar Angebote. Auch für Rob Elliott haben wir Angebote. Und teilweise müssen wir es halt einfach abnehmen, weil sie zu niedrig sind. Trotzdem versuchen wir natürlich, ihn loszuwerden. Ja, Alex aus der Chamberlain ist unser nächster Neuzugang. Neuverpflichtung also von Arsenal. Der zweite in der Saison. Auch der Forscher hat sich 10 Millionen angenommen, damit wir einen Torwart kaufen können. Wunderbar. Das Ding bei der ganzen Geschichte ist jetzt, Oxlade-Chamberlain kommt für 20 Millionen. Deswegen ist absolut kein Platz mehr für den Kollegen Thauvin. Wir haben jetzt auf der linken Seite einen Tab. Wir haben dazu jetzt Oxlade-Chamberlain. Wir haben dazu Andros Townsend. Und wir haben dazu noch Cabella, der ja aber abgegeben werden soll. Der eigentlich auch 10er ist. Da haben wir Wijnaldum und Perez. Deswegen ist für die beiden Franzosen einfach kein Platz mehr. Und wir versuchen zumindest sie loszuwerden. Ob das klappt, wir werden es in dieser Episode auf jeden Fall noch sehen. Denn wie gesagt, wir sind auch am Transfer-Deadline-Day. Und das ist übrigens auch die Episode, wo ich einen neuen Torwart verpflichten werde. Ich habe vor einer Woche oder vor zwei Wochen sogar schon auf Instagram gefragt, welchen Torwart sollen wir holen. Und ihr habt mir geantwortet. Und den werden wir auch versuchen zu verpflichten. Welche drei Kandidaten was waren. Ihr könnt jetzt auf Instagram nachgucken. Da solltet ihr sowieso vorbeischauen. Und wir da folgen. Lohnt sich auf jeden Fall gerade für die, die im Karrieremodus ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt mithaben wollen. Weil da dürfen die Follower teilweise mal über ein paar Sachen entscheiden. Und ja, beispielsweise war das auch so bei 96 mit Cherry-Chef, ob ich den hole oder nicht. Das war auch bei Instagram entschieden. Und hier ist es die Torwart-Frage. Und welche drei Kandidaten da waren. Das könnt ihr entweder jetzt auf Instagram gucken. Oder ihr wartet noch ein bisschen ab bis zum Transfer-Deadline-Day. Und dann seht ihr, welche drei das waren. Wir stellen unsere Mannschaft um für das Spiel gegen den FC Asene. Das heißt, wir haben direkt mal für Hector Bellerin und natürlich auch für Alex Oster-Chamberlain. Gerade erst Neuzugang. Ein Spiel gegen ihre alte Liebe. Beziehungsweise gegen ihren alten Feind stehen. Ja, zumindest einer von denen. Nicht in der Startelf. Und zwar der Kollege Oxley Chamberlain. Der kommt erstmal auf die Bank. Und zwar für Ayossi Perez. Der nicht im Kader sein wird, wie es momentan aussieht. Lord Bender erhält er den Vorzug als Ersatzstürmer. Sieben De Jong geht allerdings dann doch noch raus. Und dementsprechend kann Perez doch auf die Bank. Jetzt geht es gegen Asene. Ich wünsche euch viel Spaß. Und bis gleich. Der St. James' Park in freudiger Erwartung des Spitzenspiels des nächsten Spieltags der Barclays Premier League der FC Asene. Die Gunners waren zu Gast bei den McPies. Und das natürlich gerade unter dem Vorzeichen der just geschehenen Transfers von Alex Oxley-Chamberlain. Und natürlich auch von Hector Bellerin. Eine sehr interessante Partie mit ordentlich Feuer drin. Und zwar stand bei Newcastle, die ja gerade erst den Transfer des jungen englischen Nationalspielers klargemacht hatten. Dieser nicht auf dem Platz. Aber Hector Bellerin, den wir da im Hintergrund sehen, der stand auf dem Platz. Und natürlich für ihn eine ganz besondere Partie. Arsenal hat ihn rausgebracht. Dann ein bisschen verkümmern lassen. Und Newcastle gibt ihm jetzt die Chance, international zu spielen. Und natürlich auch in der Startelf zu stehen. Das hat er heute. Elliot im Kasten davor. Bellerin Pogba, Mbemba und Masio Haidara. Henri Saive zusammen mit Sissoko im Zentralmittelfeld. Davor Giorgino, Vainaldum, Kabea, Batshuayi und Paul George. Mtep, Jonjo Shelby ist der momentane zentrale Mittelfeldspieler. Bei den McPies, der noch nicht so ganz zum Einsatz kommt. Er ist momentan der Ersatzspieler. Das liegt natürlich auch vor allem daran, dass es mit beispielsweise Sissoko und mit Saive sehr gute Spieler gibt. Das sieht sich sehr, sehr flüssig bei den Gunners natürlich. Und dementsprechend wollten die heute mit genau dieser Art und Weise, beziehungsweise mit genau diesen Spielern hier, ich sage mal, einen Sieg rauskitzeln gegen die gut gestarteten McPies. Remy Cabella, er momentan der Spieler, der am meisten im Fokus stand bei den McPies. Denn er soll wohl verkauft werden. Nach über eine Stunde Medienberichten ist Newcastle interessiert, beide Franzosen, Thauvin und auch eben Remy Cabella abzugeben. Aber Cabella wollte sich direkt mal präsentieren. Wir sind gerade mal eine Minute in der Partie und direkt mal die erste gute Gelegenheit über den Franzosen. Aber er rennt mit dem Ball ins Aus. Und dementsprechend entstand daraus weiter nichts. Trotzdem war er gefahren. Er hat hier der Ball, gute Ball auf Henri Saive, Neuzugang von Bordeaux. Mit dem Ball auf Jorgino Vainaldum. Und die Latte rettet hier erstmal für Wojciech Czesny. Zurückgekommen von der Laie vom AS Rom. Und hier wäre er direkt mal chancenlos gewesen. Die McPies sind anfangs war das deutlich bessere Team. Nur die eigentlich mit. Ja, Zug zum Tor. Das ist Paul-Georgen-Tipp. Der macht das da gut. Ball auf Batshuayi. Der wird erstmal abgeblockt. Und im Endeffekt kann er mehr das dann erklären. Es war eine Frage der Zeit. Biss das 1-0-4. Von Arsenal kam offensiv nichts. Es spielte nur Newcastle Sideway mit dem nächsten Versuch. Knapp am linken Pfosten vorbei. Es war wirklich schade, dass es hier noch nicht 0-1 stand nach 15 Minuten. Aber dann gab es langsam so ein bisschen Erlösung. Für die Fans da McPies. Batshuayi mit dem Ball auf Jorgino Vainaldum. 18. Minute. 1-0. Der Niederländer trifft. Und das war viel zu einfach. Der Fehlpass aus der Verteidigung raus. Und dann spielen sie es schnell. Und der Belgier Batshuayi mit dem Ball auf den Niederländer. Und dementsprechend trifft hier Ball quasi Benelux. Ohne Luxemburg zum 1-0. Das war ganz, ganz schwach da von Pastore. Der dann auch noch umfällt. Gegen Vainaldum im Zweikampf gegen ihn. Gegenläuft. Und der hat dann kein Problem. Den Ball in die lange Ecke zuversenkt mit dem starken rechten Fuß. Es ging weiter mit ausnahmsweise mal Arsenal. Die konnten sich dann irgendwann befreundet von dem Schock erholen. Das ist Santi Casola. Der Spanier muss alleine versuchen. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Knapp am Tor von Rob Elligate vorbei. Werder eventuell heute sein letztes Spiel für die McPies bestreitet. Er wird wohl ersetzt werden durch einen neuen Kieber. Werder kommt, ist noch fragwürdig. Aber es gibt wohl drei heiße Kandidaten, die auch von der Daily Mail behandelt werden. Batshuayi mit der nächsten Chance. Und den 2-0. 36. Minute. Die Zweitoreführung für die McPies. Das war ganz, ganz schwach gemacht von der Defensive. Und vor allem von Per Mertesacker. Der dann in Belgien einfach nicht stoppen kann. Hat natürlich den Geschwindigkeitsnachteil. Aber wir sehen hier, wie Batshuayi den überläuft. Eigentlich mit Rückstand. Und dann kommt er trotzdem noch irgendwie vorbei. Der Abschluss ist eisekalt. Und dementsprechend bereits die Vorentscheidung im St. James' Park. Es ging einfach weiter. Newcastle war gar nicht zu beruhigen. Die nächste Kopfballchance von Florian Thiempogba. Geht aber über den Kasten hinweg. Und dementsprechend nicht das nächste Tor. Dann kam Andros Townsend für Paul George und Tapp in die Partie zur Halbzeit. Wir sehen auch, dass Alex Walter Chamberlain sich bereits bereit machte. Er wollte natürlich auch gegen seinen Ex-Farien noch reinkommen. Andros Townsend hatte gleich seine erste Aktion. Hier der Schussversuch und dann die Flanke in die Mitte. Ein bisschen zu schwach. Aber er fügte sich gleich nahtlos ein in das Team der McPyce. Und dann kam Alex Walter Chamberlain. 16 Minuten gespielt für Remy Cabella in die Partie. Der war über die Partie hinweg ein bisschen blasser geworden. Und dementsprechend jetzt der Engländer auf der rechten Seite mit seiner Chance gegen seinen Ex-Farien sich zu beweisen. Das ist Mesut Özil mit dem Ball auf Nacho Monreal. Der Spanier mit der Flanke in den 16er schwach. Welbeck mit dem Versuch aber Elgert mit einer klasse Parade. Und im Endeffekt hat der Iren den Ball dann sicher. Newcastle machte ein bisschen Faxen hinten. Lies Arsenal ein bisschen kommen, um dann zu kontern. Oxlade Chamberlain mit seiner ersten Aktion. Die Flanke Batschua-Yi. Und dann kommt Van Aldum nicht mehr ran. Aber Chamberlain fügte sich genau wie Townsend sehr gut ein. Trotzdem gab es jetzt Chancen. Natürlich für Arsenal. Schöner Seitvollzieherversuch von Dani Welbeck. Aber dann ist Elgert da und auch diesen Ball faustet er dann auch weg. Klasse Aktion des Iren. Der wieder ein sicherer Rückhalt war auf Seiten der McPyce. Die Flanke nochmal in die Mitte. Nochmal abgewehrt. Gabriel bringt ihn nochmal rein. Nochmal Dani Welbeck. Nochmal Gabriel mit dem Versuch. Aber Elgert ist da. Und jetzt leitet er wieder den Konter in Michi Batschua-Yi. Und er sieht auf der rechten Außenbahn. Natürlich Alex Oxlade Chamberlain. Der ist schneller als Nacho Monreal. Viel zu schnell für die Defensive von Arsenal. Mertes Hacker geht nicht hin. Und Chamberlain macht das 3 zu 0. 79. Minute mitten rein ins Herz. Eine 6 vor 1. Er trifft in seinem ersten Spiel für die McPyce. Und das auch noch gegen seine alte Liebe. Von den Sands geholt. Dann groß gemacht. Und hier einfach zerstört. Viel zu schwach und viel zu passiv. Mertes Hacker hat da verteidigt. Passt auf die Mitte. Passt auf Batschua. Hier auf niemand. Geht auf Chamberlain. Und der macht es alleine. Chesney chancenlos. Das 3 zu 0 für die McPyce. Die endgültige Entscheidung im St. Jameses Park. Allerdings kam Arsenal nochmal. Zumindest zum Ehrentreffer. Mathieu Debichy auf den eingewechselten Campbell. Debichy. Wunderbares Tor. Ebenfalls ein ehemaliger Spieler. Auf Seiten von Arsenal. Der ehemalige Rechtsverteidiger der McPyce. Mit einem absoluten Thunderstrike. In die obere rechte Torhäcke. Das war ein klasse gespielt von ihm. Und Campbell. Und der Volley dann. Unheilbar natürlich für Rob Elgert. Es war aber die letzte Aktion der Partie. Arsenal kam nicht mehr weiter ran. Und verlor dementsprechend auch im Endeffekt verdient. Gegen Newcastle United. Mit 3 zu 1. Über die gesamte Spielzeit von Newcastles überlegene Team. Hatte bereits in der ersten Halbzeit alles klar gemacht. Mit Klasseaktion von Baccio Ayumwe Naldum. Und dann trifft natürlich auch bei seinem Einstand noch der neue Spieler. Trifft Alex Oxal-Chamberlain. Ein rundum gelungener Tag für die McPyce. Ein rundum gelungener Tag für Trainer NGT. Und der merkt, seine Transferpolitik geht richtig auf Newcastle. Weiter umgeschlagen. Und bisher nur mit Siegen in dieser Premier League Saison. Gewinnt 3 zu 1. Zu Hause gegen den FC Asen. Also bisher läuft die Saison wirklich sehr, sehr gut. Kann man absolut nichts gegen sagen. Das war ein klasse Erfolg. Erfolg direkt trifft Alex Oxal-Chamberlain als Joker direkt gestochen. Wunderbar, so will ich das sehen. Wir haben Angehör von Schalke für Remy Cabella. Mein Hals tut übrigens so weh wie noch nie in meinem Leben, glaube ich gerade. Aber gut. Wir können übrigens 19 Millionen für ihn verlangen. Sagt zumindest unser Chef. Allerdings wollen wir natürlich ein bisschen mehr rausschlagen. Ihr kennt das, denke ich mal. Und gerade weil das Interesse an Cabella wirklich sehr, sehr hoch ist. Versuchen wir das einfach mal. Wir scouten dazu. Vladimir Darida und John Anthony Brooks haben Abschlussbericht zu Ben Wacos Thiel. Ist Keeper von Startrennen. Und bei dem werden wir die erste Anfrage machen. 12 Millionen, weil er nur noch 11 Monate Vertrag hat. Sagt unser Scout zumindest, ist das Höchste, was wir zahlen sollten. Wir bieten einfach mal 9 Millionen. Irgendwo in der Mitte. Sieht ganz gut aus. Und trainieren natürlich unsere Mannschaft. Allerdings ist das natürlich noch nicht das Ende der Episode. Denn ihr seht es ja auch an der Timeline. Wir haben noch knapp 5 Minuten, die wir jetzt ein bisschen noch damit uns beschäftigen. Was wir denn holen können. Beziehungsweise was wir denn holen werden an diesen letzten Tagen. Beziehungsweise was das noch passieren wird. Schalke sagt, wir haben 15 Millionen. Das sind aber 10 weniger, als wir haben wollen. City sagt, wir geben euch 12 Millionen für den Kollegen Thorvan. Allerdings möchte ich schon den Marktwert mit 13 haben, weil City ja auch Geld hat. Wir haben noch andere Angebote, die wir teilweise ablehnen. Beziehungsweise, naja, einfach nochmal ein bisschen aufstocken. Und dann die Absage von Renn in puncto Kostil. Die möchten ganz gerne ein bisschen mehr. Beziehungsweise sagen, er ist zu wertvoll für uns. Dementsprechend bieten wir 11 Millionen. Das heißt nochmal 2 Millionen mehr. Beziehungsweise 1 Millionen weniger, als unser Chefscout meinte, dass er wert ist. Obi Ullare. Der wurde ja bereits gescoutet von uns. Wenn ich mich recht erinnere. Wenn nicht, dann wird er jetzt auf jeden Fall geholt. Und dann habe ich überlegt, wen könnte man denn verpflichten als Torwart. Norberto Neto ist mir relativ schnell eingefallen, der Keeper von Juventus. Und zwar einfach, weil er relativ günstig sein müsste. Ist nämlich nur Rotationsspieler, wie ihr da sehen könnt. Wir bieten 10 Millionen, die für den 1,91 großen Brasilianer auf jeden Fall angebracht werden. Logigin wäre ein weiterer Kandidat. Der Mann von Zenit St. Petersburg verdient ein bisschen weniger. Dementsprechend bieten wir ihm 7 Millionen. Allerdings ist der der Stammtorwart. Deswegen wird der ein bisschen schwieriger loszuheißen sein. Gerade weil Zenit ja auch Champions League spielt und dementsprechend einen vernünftigen Keeper braucht. Ein weiterer ist ein Lecom. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass der Potenzial hat. 1,86 ist allerdings nur groß und dementsprechend entscheide ich mich dann doch dagegen, den zu verpflichten bzw. bei dem überhaupt anzufragen und gucke einfach mal nach. Und habe dann vor allem auch noch eine ganz bestimmte Idee. Und zwar, ihr habt bereits gesehen den Venezuelana Romo, den wir da haben. Den haben wir nämlich bereits gescoutet. Und zwar spielt er bei Udine momentan. Und der ist geglitscht. Und dementsprechend war auch der ein Kandidat, für wen wir letztendlich entschieden haben bzw. für wen ihr euch letztendlich entschieden habt. Ja, weil ich ja auf Instagram gefahrt habe. Ich erwähne es noch 100 Mal, damit ihr auf jeden Fall da vorbeischaut. Schaut da vorbei! Werden wir gleich noch sehen. Hier haben wir den Kollegen Romo. Eintrag dauert es noch, bis wir den endgültigen Scout-Bericht haben. Aber wir sehen schon, er hat nur noch 11 Monate Vertrag. Ist wohl nicht ganz so viel, wer da auch schon ein bisschen älter ist. Und er hat bisher einen Markt von 11 Millionen, den wir gescoutet haben. Sieht also gar nicht mal so uninteressant aus. Allerdings lehnt Udinese das Angebot ab. Und dementsprechend müssen wir da ein bisschen nachbessern. 7 Millionen, 8,5 Sagen der Scout wäre das Höchste, was wir bezahlen sollen. Bisschenweise für was das zu haben sein sollte. Cabella, ja, Stoke bietet da 21,5 Millionen. Wir wollen immer noch ein bisschen mehr haben. Schalke kann wohl nicht mithalten, bietet 17,5 Millionen. Wir verlangen 25. Auch West Brom steigt jetzt ein, sagt 13 Millionen. Wir wollen aber natürlich 25 haben. Und auch bei Villarreal ändert sich daran absolut gar nichts. Wir bleiben hart und wir bleiben dabei, dass wir das so haben wollen. Juventus mit den 20 Millionen für den Ersatztorwart ist natürlich ein bisschen sehr, sehr viel. Und dementsprechend werden wir da erstmal sagen, nein. Allerdings hat auch Stad Renak gelehnt. Und da müssen wir nochmal ein bisschen nachbessern. 13 Millionen für den Kollegen Kostil. Das passt vom Gehalt nicht so ganz. Allerdings schaffen wir das aufgrund der Verkäufe, die wir ja noch tätigen werden. Mit Pavon und mit Cabella zumindest, wenn alles glatt gehen sollte. Wir sehen hier, Juventus hat schon mal akzeptiert. Wir haben einen Spieler verkauft und ich weiß gar nicht, wer das war. Auf jeden Fall sagt hier, Ren 24 Millionen für Kostil. Natürlich viel zu viel, aber wir versuchen mal mit 14,5. Villarreal sagt 16,5. Wir waren 25. Stoke City sagt 24,5. Und das Angebot, naja. Nehmen wir ab. Nehmen wir an. Nehmen wir an. Nehmen wir an. Okay, alles klar. Gut. Also, Cabella könnte zu Stoke City wechseln für 24,5 Millionen. Norberto Neto, wie gesagt, Angebot angenommen von Juventus Turin. Dementsprechend machen wir da 110 Millionen. Äh, 110 Millionen. Genau, 110.000 Gehalt. Wochengehalt für den Brasilianer. Das wäre der erste Kandidat. Romo ist weiterhin ein Kandidat für uns. Allerdings sagt Udinese, das kann ich jetzt schon mal sagen, auch zu den 8 Millionen. Nein. Denn die wollen natürlich halten. Ist da. Stammtorwart hat auch sehr, sehr gutes Potenzial, einfach weil er geglitscht ist. Und ist dementsprechend natürlich ein Riesenverlust für die Männer aus Udinese. Ob das Ganze klappen, wird wir werden sehen. Bei Frey habe ich überlegt, der ist übrigens auch geglitscht, ob ich den verpflichten sollte. Ich weiß gar nicht, ob ich es gemacht habe. Ich glaube eher nicht. Aber auf jeden Fall war der auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Weil wir jetzt von Romo und Cabella verkaufen, dachte ich mir, okay, wir haben auf Rechts Townsend und wir haben Chamberlain. Auf der linken Seite können wir nochmal nachbessern. Warum eigentlich nicht Matthew Lecky als kompletten Ersatzspieler verpflichten? Gerade weil wir international vertreten sind im internationalen Wettbewerb, wäre das vielleicht gar nicht schlecht wegen der Fitness und so weiter und so fort. Matthew Lecky dazu ein Spieler, den ich sehr gerne mag und der, denke ich mal, gar nicht so unrealistisch ist als Ersatztransfer, vor allem weil England ja immer relativ teuer ist. Dann verkaufen wir Callum Roberts, unseren Spieler, der einfach kein Potenzial hat, Norberto Neto. Ja, der würde annehmen. Das wäre auf jeden Fall ein mündlicher Keeper. Hier akzeptiert Ingolstadt die Konditionen für Matthew Lecky, dem werden wir natürlich auch verpflichten. Start Rennen sagt immer noch nein. 15,5 Millionen bieten wir dann. Das heißt schon mal ein bisschen mehr als bei Norberto Neto, wenn ich mich recht erinnere. Allerdings sind wir am Transolat. Deswegen müssen wir langsam ein bisschen hinne machen. Bei Lecky gehen wir auf 40.000. War mir nicht sicher, ob ich das Ganze richtig gemacht habe mit Rotationsspieler oder nicht. Wir haben noch sechs Stunden Zeit und wir bekommen natürlich Benachrichtigungen. Spieler verkauft, das ist Remy Cabella. Und Rennen hat das Angebot akzeptiert für Benoit Costil. Essentieller Stammspieler, vier Jahre. Matthew Lecky hat ebenfalls akzeptiert und Norberto Neto auch. Romo, 13 Millionen. Sie sagen 16,5. Wir bieten 13. Ob das was wird, ist die Frage. Der günstigste wäre Norberto Neto mit 11. Der teuerste wohl Costil, aber der ist natürlich auch der beste. Und dann habe ich euch einfach entscheiden lassen. Und in der nächsten Episode sehen wir, was ich dann im Endeffekt gemacht habe. Wird es Romo, wird es Costil oder wird es Neto? Ihr könnt ja vermutlich meine Kommentare schreiben oder nochmal auf Instagram abstimmen. Verpflichten. Bzw. ich habe schon verpflichtet. Aber trotzdem könnt ihr ja spekulieren, was geworden ist. Oder auf Instagram nachgucken. Dann seht ihr nämlich auch, wer es im Endeffekt geworden ist. Das war von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Die Verpflichtung von Lecky ist auch durch. Wunderbar. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein. Und dann haut rein. Und dann haut rein. Und dann haut rein.